hallo leute herzlich willkommen zurück bei splinter 2 pandora tomorrow wir sind jetzt in los angeles und wir sollen sadono umbringen denn er hat den letzten pocken behälter wir dürfen uns auch überhaupt nicht blicken lassen unsere lkw ist unsere lkw gerade abhaut hilfe ja ist das wort jetzt klasse das ist nämlich wie gesagt unser lkw was ist los ich werde sonst nie vor dem nächsten kontrollpunkt überprüft habe leider keine ahnung stand auf meinem dienstplan seltsam schnell rein ja nur die ruhe na los davor los einfach jetzt so lange warten bis er wieder anhält sowohl das jeweils gesagt und kurz ähnlich bewegen auch die grafik zittert in ordnung fischer du bist drin machst du witze das war viel zu leicht kurz gesagt wir haben löcher im schutzschild und du bist nicht der einzige besucher der durchgekommen ist und der letzte ende 133 behälter und eine handvoll söldner die sich als flughafen personal ausgeben ich könnte wetten dass ihre impfung noch nicht lange her ist du kannst sie vielleicht anhand der körpertemperatur unterscheiden wir haben keine wahl sie müssen sterben ok körpertemperatur gut das wird echt eklig diese mission der da ist einer das habe ich doch jetzt erkannt der ziemlich relativ kalt der das echt heißt also wer ist warm und gewick aber wenn ich ihn jetzt erschieße dann ist er aufmerksam was ist denn jetzt die terroristen haben alle leute was soll denn das gerade dieser hund das wird echt richtig eklige mission jetzt für mich denn ich hasse sowas eine gruppe dort mehr schießen die andere halt nicht blöder köter manu großartig grimm hast du eine ahnung wie sie verbindung halten ja es handelt sich um ein ultra breitband netzwerk knoten basiert zehn sind online inklusive soth dann bleiben noch neun terroristen die du töten musst bevor du dir soth vorknöpfst wenn soths männer in den letzten zehn tagen gegen pocken geimpft wurden sind die brüder alle ein paar grad wärmer mhm mhm ok noch mal das ganze schrecklich schrecklich schon wieder her so du kumpel tut mir leid du tust mir auch ein bisschen leid hund aber was muss das muss so es noch neun schrecklich von den blöden terroristen da rufen so 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 der hinten könnte ich auch noch mal sein sein Das ist ein Lichtschalter. Vielleicht werden wir langsam verrückt. Was sind alles? Sorry. Sorry, wrongseite. Ist kein Lichtschalter? Da ist ein Lichtschalter. Ich denke ja gar nicht dran. So, du warst nämlich ein guter, ne? Guck dir gar nicht rein. Da geht gar nicht zu, wie ich gegengelaufen bin. Sehr geil. So, habe ich eigentlich hier einen Code? Nee. Komm mal ruhig mitten in deinen eigenen Raum. Tut mir so ein bisschen leid. Nee, Objekt wollte ich nicht. Kann man nicht sagen, ob der gut ist oder böse. Was soll denn hier los sein? Kamera geht halt aus. Das ist auch ein guter. Ah, da ist auch ein böser. Hey, nettes Band. Äh, was? Gefällt mir. Gute Idee. So. Diese billigen Mistdinger, die die Geizkragen da oben austeilen, gehen ständig kaputt. Äh, ist doch nicht normal. Ich weiß nicht, wenn der jetzt... Gut, gut, okay. Äh, danke. Bist du neu hier? Ich hab dich noch nie gesehen. Nein, nur neu in der Schicht. Ah, sonst bist du bei der Nachtschicht. Genau. Dann musst du George Terry kennen. Ähm, pass auf, ich muss weiterarbeiten. Okay, also die darf ich dann auch nicht verschrecken oder so, sondern muss auch alles, äh, quasi unter dem Radar passieren. Da ist es auch, wäre auch noch ein Lüftungsschacht von wo man hätte kommen können. Okay, es liegt kein Alarm. Ich dachte jetzt... Äh, hab ich geschnipf gedrückt. Ich dachte, er schlägt jetzt hier Alarm wegen... Du bist der Gute, okay. Äh, vibriert hier gerade irgendwas? Nee. So. Äh, Ringgeschöße. So. Ja, aber ich möchte die einfach auch gerne weghaben. Weil wenn die mich ja sehen, ist es ja auch gelaufen. Die einen können sterben und die anderen müssen halt betäubt werden. Oder halt einfach nur ausgenockt werden. Es tut mir leid. Aber wenn das nun mal so ist... Du darfst... Auch ausgenockt werden. Du da oben natürlich nicht. Ähm... So, klingt klar, kann man einfach nicht zielen. Das ist nicht gut. Hier sind zwei, drei. Okay, dann hätten wir ja schon mal die Hälfte. Mit Suss inklusive. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier. Ah, na dann. Willkommen im Team. Danke. Du musst Bobs Ersatz sein. Jo. Gut. Ich sag's nicht gern, aber Bob hat öfter mal einen über den Durst getrunken. Das ist nicht gut. Nein, das stimmt. Konntest du schon die Spannung der Förderwänder prüfen? Ähm, noch nicht. Das wollte ich gerade tun. Na dann los. Ich kann nicht anfangen, bevor ich nicht dein Okay habe. Ja, sicher. Ich komme zu dir, wenn ich fertig bin. Danke. Hm. Ist klar. Mann, wer ist das? Oh, ich hab's einfach. Achso, ich dachte, der hat jetzt uns gemeint. So. Okay, also ist er dann trotz auch tot. Oder wie? Ob er erzählt als Toter. Wie es ausschaut. Also. Soll mir recht sein. Da oben ist, wie gesagt, noch einer. Okay, der ist da. Das ist nicht gut. Ah, Mist. Der andere geht auch gerade hin, ne? Ne. Wo ist denn der andere jetzt? Ach, der weit watschelt noch da oben lang. So. Gibt es hier keinen Lichtschalter? Okay, aber Lichtschalter ist so eine Sache. Dann kommen wir mal alle an. Hm. Ja, ne? Das würdest du gerne wissen. Es geht bloß nicht ins Licht, du Sack. Das weißt du doch gar nicht. Also, für dich bedeutet dir das garantiert was Gutes. Denn ich schaffe ja so mal ein paar Terroristen vom Hals. Ja. Nee, nee. Alles gut. Du bist nur ausgenockt. Der andere ist tot. Sei unbesorgt. Ja, du kommst hier für ihr Leben draus, nachdem du aufgewacht bist. Also, ja. Keine Sorge. Alles im Lot. So, da kann er liegen bleiben. Ist dunkel genug. Der gammelt noch da oben rum. Was zur Hölle. Ey. Ja. Irgendwie hat das gerade nicht funktioniert. Irgendwie habe ich gerade Glas zerschossen. Ach, das ist ja drinnen. Dahinter oder so. Ich stehe unter Beschuss. Ah, das ist ja so. Äh, das ist ja so. Das ist nicht gut. So. Was zur Hölle. So. Jetzt ist da mal ein bisschen was weg. Hä? Leck mich doch am Arsch. Äh. Leck mich doch am Arsch. Das ist ja noch der Alarmknopf, ne? Ja. Ach, der gammelt da oben wohl drinnen. Was ist denn das? Ich könnte natürlich den einen... Düt, 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 düt. Weg tasern, wenn der da hinten steht. Den anderen dann... Erschießen, wenn ich freie Schusswerte habe. So, vielleicht kommt der jetzt... Nee, der kommt nicht runter. Hm, war vielleicht doch nicht. Wo ist denn der? Na, schlecht beichern. Gute Arbeit, Fischer. Danke. So. Dann ist jetzt... Der auch. Finito. Ach, hier. Tasche. Sag ich doch. Gibt es kein Lichtschalter? Für die Lichter? Nee. Oh. Ich würde sagen, das war der echte... Mitarbeiter. Na ja, was soll's. So. Ein bisschen Licht ausgeknipst. Ich weiß. Ich denke, die Muni aus. So. Wie viel? Fünf Stück so jetzt. Also jetzt bleiben nur noch vier. Fischer, du musst die Körper an dunklen Orten ver... Ähm... Was ist denn nur der da? Eigentlich. Der in keinem dunklen Ort liegt. So. Jetzt schon. Dann sitzt doch jeder an einem dunklen Ort, oder? Ich hab jetzt gerade nämlich keine Lust auf Backtracking. Müsst aber eigentlich jeder an einem dunklen Ort liegen. Ja. So. Wo gehen wir jetzt lang? Hier oben gehen wir jetzt lang. Hehehe. Da ist gerade... Ja. Sag ich doch, da ist... Gott. Hat er uns schon gesehen? Wollte ich jetzt nicht sehen, dass wir jetzt schon entdeckt werden. Aber da ist ja überall Licht. Das ist das Problem. Gibt's hier auch noch einen Weg? Nee. Da ist wohl das Licht da oben ausgeknipst. Kriegt man ausgeknipst. Ah, super. Okay. Dann hoffentlich sieht der uns jetzt nicht. Beim Terroristen Hilfe. Also bist du eine Zivilperson gewesen? So. Oder bist du... Oder bist du... Ja, Zivilperson. Puh. Mal schnell Speicher. Ihr kennt das ja. Freund und Helfer in dem Spiel. So. Mal nachladen. Wo geht's jetzt lang? Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier lang muss oder nicht. Ah, hier ist das Fenster offen. Du bist auch eine Zivilperson, ne? Ach, hier komme ich gar nicht rein. Okay. Hier bin ich gar nicht reingekommen. Rauchgranate. Muni. Achso, nochmal Muni. Aber die haben wir voll. Okay, jetzt können wir eigentlich mal... Ähm, Dings gebrochen. Tezos. Aber egal. Ich mache hier erstmal Feierabend. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seid im nächsten Part von Splinter Cell. Von DrossMorror wieder dabei. Bis dahin. Macht's gut. Gut.